Moin und willkommen bei Sprache der Zahlen. Heute will ich euch wieder zeigen, wie wir mit unseren Fingern multiplizieren können. Und heute wird es ganz spannend. Wir gehen noch eine Stufe weiter und wir schauen uns etwas an. Wir haben ja bis jetzt meistens gerechnet, da wir nur fünf Fingern jeder Hand haben, mit den Zahlen von 6 bis 10. Und mir ist da persönlich direkt aufgefallen, wir haben dann ja auch mal 10 mit drin in unseren Rechnungen. Aber das brauchen wir eigentlich gar nicht, denn 6 mal 10 ist 60. Das weiß ich, da muss ich gar nichts irgendwie rechnen. Warum nehmen wir nicht die Finger von 5 bis 9? Und das machen wir jetzt. Und als Vergleich rechnen wir dieselbe Aufgabe, 6 mal 7, mit beiden Systemen. Und dann wird euch auffallend, der Unterschied ist eigentlich ganz klein. Wir rechnen jetzt im Zahlensystem 6 bis 10. Wir führen die Finger zusammen, das heißt, wir zählen unten jetzt alle Finger, einschließlich derer, die sich berühren. Das sind 1, 2, 3, Fertigkeit 10. 3 mal 10 ist 30. Oben haben wir noch über 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3 zusammen multipliziert. 4 mal 3 ist 1, 12. Das Ganze jetzt zusammenaddiert. 30 plus 12 ist 42, 6 mal 7 ist 42. Und wie schaut das jetzt aus, wenn wir die Finger von 5 bis 9 nummerieren? Wir führen die Finger jetzt zusammen. Und wir zählen jetzt nicht die Finger einschließlich derer, die sich berühren, sondern alle darunter. Das sind dann 1, 2, 3. Die haben wieder die Wertigkeit 10. 3 mal 10 ist 30. Oben zählen wir jetzt die Finger einschließlich derer, die sich berühren. Denn die haben wir unten noch nicht benutzt. Einmal benutzen müssen wir sie. Da haben wir dann 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3. Multipliziert 4 mal 3 ergibt eine 12. Das Ganze noch zusammenaddiert. 30 plus 12 ergibt eine 42. Es kommt genau dasselbe raus. Muss es ja auch. Der Unterschied ist der, dass wir, wenn wir mit den Zahlen von 6 bis 10 rechnen, bei dem Zählen unten einschließlich der Finger rechnen und oben bei der Multiplikation alle darüber nehmen. Und wenn wir mit dem Zahlensystem von 5 bis 9 rechnen, ist es so, dass wir bei den Zählen der Finger alle unterhalb der Finger nehmen, die sich berühren. Und wenn wir multiplizieren, zählen wir die Finger oben einschließlich derer, die sich berühren. Das ist der kleine, aber feine Unterschied, wie wir unser Zahlensystem ändern können von 6 bis 10 oder 5 bis 9. Und geändert habe ich jetzt das Zahlensystem von 5 bis 9, weil wir praktisch unnütze Rechnungen haben von 6 bis 10. Denn 6 mal 10 ist ja bekanntlich 60. Aber wenn wir jetzt im neuen Zahlensystem 5 mal 5 rechnen, dann führen wir die Finger zusammen und wir ziehen jetzt alle Finger unterhalb. Das ist kein einziger Finger. 0 mal 10 ist immer noch 0. Und wir haben jetzt oben 5 Finger mal 5 Finger. 5 mal 5 ist 25. Das heißt, wir haben unsere Rechnung von 5 mal 5 geändert auf 5 mal 5. Yeah, das hat es ja echt gebracht. Aber das ist die einzige Rechnung, die sich nicht vereinfacht. Denn wenn wir jetzt rechnen 5 mal 8 und wir ziehen jetzt alle Finger unterhalb der Finger, die sich berühren, dann haben wir hier 1, 2, 3. 3 mal 10 ist 30. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 mal 1, 2. 5 mal 2 ist 10. 30 plus 10 ist 41. Das heißt, die einzige Rechnung, die sich nicht vereinfacht, ist 5 mal 5. Denn 5 mal 5 bleibt 5 mal 5. Und das Schöne daran ist, wir haben jetzt unser Zahlensystem von 5 bis 9. Das funktioniert natürlich auch mit zweistelligen Zahlen. Nehmen wir einfach ein ganz einfaches Beispiel. 15 mal 16. Dann führen wir die Finger zusammen. Und wir haben jetzt einen Grundwert. Die Zahl liegt zwischen 10 und 20, also 10 mal 20. Dann haben wir hier unten noch einen Finger. Den multiplizieren wir jetzt mit. Wir rechnen zu 20 hin. Also 1 mal 20 ist 20. Dann haben wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5 mal 1, 2, 3, 4. 5 mal 4 ist 20. Alles zusammenaddiert. Macht 240. Ist das nicht faszinierend, dass wir so einfach unsere Wertigkeit der Finger ändern können und damit andere Kombinationen möglich sind? Das führt natürlich zu der interessanten Frage. Okay, 5 bis 9 ist schön. Aber kann ich denn nicht auch die Finger durchnummerieren von 4 bis 8? Oh ja, das können wir. Allerdings, das wird wesentlich interessanter und das machen wir im nächsten Video. Und damit ihr das nicht verpasst, abonniert am besten den Kanal, teilt das Video mit euren Freunden und kommentiert die Videos. Und jetzt seid ihr dran.